Hi Leute! Ja, ich bin's mal wieder. Liebe Grüße von der Julia, die ist leider immer noch verhindert, weil ihr Computer noch immer kaputt ist. Also wird wahrscheinlich von ihr dieses Jahr kein Look mehr kommen, aber ich kann es nicht garantieren, also wer weiß. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt mein Silvester-Look für dieses Jahr und zwar ist es so ein bisschen in Goldtönen gehaltener Look. Aus einem Grund, weil ich finde, dass diese Gold- und Braun-Töne grundsätzlich Farben sind, die jeder Augenfarbe stehen. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht interessant für euch. Und der andere Grund ist einfach, weil ich diesen Look persönlich sehr gern trage und ihn gerne mit euch teilen wollte. Falls euch die Lippen ein bisschen zu intensiv sind, könnt ihr mehr in diese Gloss-Richtung gehen oder auf Nude-Töne umsteigen, das geht natürlich auch. Oder es gibt von Clinique diese Chubby Sticks, zum Beispiel der Farbe 07 Brontesberry. Das passt vom Farbbereich sehr, sehr gut dazu, ist aber nicht ganz so intensiv für einen Lippenstift, also nicht ganz so deckend. Eine Frage an euch, falls jemand diesen Private Party Lippenstift, ich habe den jetzt von MAC gekauft und er war bei einer Limited Edition dabei. Falls jemand von euch einen Ton hat oder kennt aus irgendeiner anderen, von irgendeiner anderen Marke, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Weil ich suche nämlich einen Lippenstift, der ähnlich ist wie der, weil, wie gesagt, der war in einer Limited Edition und ich hätte gerne einen ähnlichen wieder. Ja, falls ihr bei diesem Look eher so in diese Silber-Grautöne gehen wollt, würde ich euch empfehlen, einfach vorne ein bisschen in diese helleren Silbertöne zu gehen und hinten wirklich in diese dunklen Grautöne zu gehen. Dann funktioniert der Look auch super bei Grau- und Silbertönen. Ja, und meine Frage an euch wäre, feiert es Silvester, beziehungsweise wie feiert es Silvester, mit Freunden oder Familie oder... Weil ich grundsätzlich mag Silvester nicht, ich mag keine Raketen und mir ist das alles immer viel zu laut. Aber mich würde es interessieren, was ihr so macht. Und ja, dann würde ich sagen, ich fange einmal an und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt es einfach dran. Bis gleich! Ich beginne hier mit einem Clinique-Lidschatten und zwar nehme ich die Farbe 03 Morning Java. Und ich bin hier in diesem Goldtonbereich, das heißt, ich nehme jetzt zuerst diesen goldenen Ton und gehe ins innere Drittel meines Auges. Ich nehme für so einen fluffigen Pinsel einfach, was Ausschattieren damit besser geht. Und jetzt gehe ich in so ein bisschen einen braunen Kupferton. Den setze ich mit einem angeschrägten Pinsel in die Lidfalte und ins äußere Drittel, damit das Ganze einfach ein bisschen abgerundeter ist und mehr Dimension hat. Und was ich als nächstes verwende, ich verwende den dunkelsten Ton dieser Palette. Das Problem ist, dass ich versehentlich diesen Schritt nicht aufgezeichnet habe. Ich nehme dafür einen sehr dünnen Pinsel und setze es dann in die Lidfalte rein. Es tut mir wirklich leid, also da, wo ich jetzt gerade arbeite, es tut mir wirklich leid, dass ich diesen Schritt nicht aufgezeichnet habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber jo. Jetzt nehme ich einen Blendingpinsel und damit verblende ich einfach die äußeren Ränder, damit das Ganze weicher aussieht. Jetzt nehme ich nochmal diesen braunen Kupferton und gehe mit diesem angeschrägten Pinsel unter das Auge. Das heißt, ich setze es wirklich vom inneren bis zum äußeren Augenwinkel, setze ich diesen Ton unter meinen Wimpernkranz. Das Ganze ist einfach dafür da, dass das Ganze ein bisschen ausbalanzierter wirkt und dass es nicht gerade zu sehr und zu schwer am oberen Lid der Klege ganze Farbe ist. Jetzt verwende ich einen Clinique Kajal, und zwar den Farbe 03 Intense Chocolate. Ich setze sie zwischen die Wimpern als Wimpernkranzverdichtung, aber auch oben an den Lidrand dran. Einfach, dass das Ganze ein bisschen ausgeglichener aussieht und dass ich so einen schönen weichen Lidstrich damit bekomme. Und ich setze das Ganze dann auch noch unten in den Wimpernkranz, beziehungsweise unten in die Wasserlinie. Jetzt verwende ich so ein Glitzerpuder, das, wie ihr seht, sehr verstaubt. Und ich weiß leider die Marke nicht mehr genau. Ich nehme das aber jetzt mit diesem dünnen Pinsel auf. Mit dem habe ich übrigens vorher auch die Verdichtung in der Lidfalte gemacht, dass ich nicht aufgezeichnet habe. Und setze diesen Glitzerstaub noch ins innere Drittel des Auges. Und jetzt verwende ich die Clump Defy Mascara von Max Factor und tusche meine Wimpern oben und unten. Bevor ich jetzt den Lippenstift auftrage, nehme ich einen Lip Liner. Und zwar ist es die Farbe 33 Bamboo von Clinique. Der ist generell recht gut zu arbeiten, geht es damit, weil er sehr weich ist. Und jetzt verwende ich meinen absoluten Lieblingslippenstift zur Zeit. Und zwar ist es der Private Party Lippenstift von Clinique. Der ist aus der Satin, also mit einem Satin-Finish. Und ist leider aus einer Limited Edition. Und ich trage den jetzt hier mit einem Lippenpinsel auf. Als nächstes verwende ich jetzt die Nummer 01 Black Honey. Das ist ein Gradient Powder Blusher von Clinique. Und den gibt es leider nicht mehr. Es war auch eine Limited Edition. Toll, ich verwende echt super Produkte hier. Tut mir leid. Ich verwende hier den mittleren Ton. Und setze den jetzt wirklich auf den Mangelknochen. Und wenn mir das Ganze noch ein bisschen zu stark ist, wie jetzt auf dieser Seite, nehme ich einfach noch einen Puderpinsel und pudere das Ganze ab, damit es weicher wirkt. So, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Rutsch ins Jahr 2014. Und falls euch die Lippen mal ein bisschen zu dunkel sind oder zu extrem, könnt ihr auf jeden Fall ein Nude-Lippenstift verwenden. Oder ihr könnt ein Lipgloss verwenden. Oder es gibt von Clinique diese Chubby Sticks. Und zum Beispiel in der Farbe 07 Brothers Berry. Der wird farblich sehr gut dazu passen. Ist aber nicht ganz so extrem. Ja gut, also wie gesagt, einen guten Rutsch. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.